In diesem Video geht es um eine neue Erweiterung in der Grashopper-Verbindung von Archicad, mit der von Grashopper erstellte Archicad-Elemente leicht gesperrt und entsperrt werden können. Die Archicad-Grashopper-Palette enthält eine neue Schaltfläche. Sie heißt Unlock GH Elements und ist standardmäßig ausgeschaltet. Beim Starten der Grashopper-Verbindung wird die Schaltfläche aktiviert. Während sie mit der Verbindung arbeiten, werden Archicad-Elemente von Grashopper-Komponenten erzeugt. In früheren Versionen wurden alle von Grashopper erzeugten Archicad-Elemente gesperrt. Auch nach dem Freigeben dieser Elemente in Archicad wurden sie nach der nächsten Änderung in Grashopper wieder gesperrt. Ab Archicad 23 werden beim Klicken auf die Schaltfläche Unlock GH Elements alle von der Grashopper-Verbindung erzeugten Archicad-Elemente in allen Sichten freigegeben. Außerdem bleiben diese auch nach einer Änderung oder Aktualisierung von Grashopper aus freigegeben. Nachdem die von Grashopper erzeugten Elemente freigegeben wurden, ändert sich der Name der Schaltfläche in Lock GH Elements. Wenn Sie jetzt auf die Schaltfläche klicken, werden alle Archicad-Elemente, die von der Grashopper-Verbindung erzeugt wurden, in allen Sichten wieder gesperrt. Auch nach einer Änderung oder Aktualisierung von Grashopper bleiben diese Elemente gesperrt. Mit dieser Schaltfläche können Sie also den gesperrten oder entsperrten Zustand aller von Grashopper erzeugten Archicad-Elemente steuern. Das ist ganz unabhängig davon, wann und wie oft Sie von Grashopper aktualisiert oder neu generiert wurden. Schauen Sie doch einmal in unserer Playlist nach. Hier finden Sie verschiedene Videos, die sich mit den Verbesserungen der Archicad-Grashopper-Verbindung beschäftigen.